Eine Wasserfläche. Da muss ich nur noch so'n so'n so'n... Wieso das Nickel? Ich dachte, hier wär Wasser. Ich dachte, hier wär so'n Wasser-Gedünz. Gebäude. Gescannt. Das ist so'n Kacke. Da, Wasser. Hier ist so, komm mal hier, Wasser. Hab ich schon. Hab ich schon was'n gehabt? Hey? Da schäme ich mich grade. Helium. Kriegst du vielleicht Video-Empfang? Geil! Was muss ich jetzt machen? Ich hab' doch alle Ressourcen. Das ist ja voll krank. So. Merkmale. Finde Merkmale. Scanne Merkmale. Bin voll krass drauf. Oh, toll. Da hab ich Merkmale. Ach, Mann. Ach. Wieder ein Merkmal. Natürlich. Auch wieder ein Merkmal. Das ist ja voll krank. Gebäude. Und na klar, hier sind auch Gegner. Feuer! Du bist ja leid, aber da brennt jemand. War echt das? Du bist ja leid, aber da brennt jemand. Du bist ja leid, aber da brennt jemand. Du bist ja leid. Moment. Wer? Ich? Warum? Was hab ich hier schon wieder gemacht? Ich hab gar nix gemacht. Was? Die Basis kenn ich doch schon. Da bist du ja! Ja, da bin ich. Oh Mann! Glutschi! Ja, da bin ich. Ich sehe nicht, woher war. Ich hab lefe, ja, wapel. Ich hab lefe, ja, wapel. Wieso kann er mich treffen und ich ihn nicht? Das deprimiere ich gerade. Au! Warum? Warum macht der sowas? Was? Äh... Nein, lasmeas. 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 Ja, ich fehle, da steht jetzt nicht. Mein Schiff. Du kannst während eines Kampfs echt schnell reisen. Ja, hm. Willst du dich echt mit uns anlegen? Ha! Ne, ich will das gar nicht. Ich will... Okay. Ich hab gealtert... Oh, das kann ich angehen. Das... 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 Guck mal, zwei Stunden... Spiel ist ja gar nicht. Aber zwei Stunden gespielt... Nichts. Ich hab keine Besuchung fertig gemacht. Nichts. Wir haben es angesammelt. Und das frustriert jetzt mich gerade ein bisschen. Jaaa... Da greift mich jemand an. Nur, weil ich die Scheiße nicht finde. Das... Das... Das ist richtig... Lass mich doch alle in Ruhe. Oh. Jo... Jo... Da reisen wir doch nicht schnell hin. Aber ich muss das ja machen. Ist denn halt nicht hier? Glaube ich. Gebäude. Kann man nicht schnell reisen hin? Ne, kann man nicht. Ich bin voll zu prämiert. Das ist mein Landeplatz, ja. Er könnte es Raubtiere geben, die den Mist ahnen können. Gebäude. Gebäude. Das hilft mir gar nichts. Mich zeigen. Habe ich ihn noch nicht entdeckt. Ich bin kein da noch nicht hin. Bobo. Jetzt muss ich noch mal hin. Ja... Oh... Da ist die Basis, mein Raumschiff. Gehe ich da weiter runter. So, ich muss leider gleich Schluss machen. Und willkommen, mein Krogi hat nichts geschafft, Action hier. Natürlich. Eine brauche fette Fahrzeuge. Ja, so richtig fette Dinger. Aber was für Merkmale? Was mit Merkmale sind? Was meint ihr mit Merkmale? Verstehe ich nicht. Merkmale. Seht ihr das nicht runter oder was? Das verstehe ich nicht. Merkmale. Ich habe doch nur... ... 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 ich glaube ich sterbe ja drinnen natürlich da darf man darauf kommen lande hat erkunden was mich stört ich kann hier überall landen wo ich will das ist ja toll aber irgendwie simon ich bin jetzt hier hinlaufen die letzten minuten ich bin ich will ein auto haben kann man ja ein auto kriegen das ist ja gut guck mal bin ja gleich da und danach war ich nicht geschafft habe ich bin mein heuer wie wird danach gesagt ich bin nur an heulen war jetzt auch gleich die pression wow ich kann diesen dann um den fluss ja es kann ich doch kein problem und was soll ich es gern da ist da aber was soll ich es gern Neue Skulptur Merkmal entdeckt. Ja, ja geil. Neues. Das ist ein ganzes Loch. Kacka du. Geh mal weg. Pilzhaufen. Was ist da für ein Scheiß hier? Das ist ein ganzes Loch. Ach da. Unbekanntes Merkmal. Ach so. Ach ja, Kessel hat eine Idee gehabt. Du sollst die Fügel in dein Zimmer nehmen. Warum soll ich die Fügel in dein Zimmer nehmen? Weiß ich nicht. Er ist nicht mehr da. Er kann nicht mehr antworten. Ich bin früher in dein Zimmer. Nee, Brunner geht ja nicht. Ich hab schon wieder... Ich dachte ich hab's geschafft. Ich hab's wieder nicht geschafft. Was ist das für ein Merkmale hier? Das ist eine Negligierung. Dieses Eis wurde von einem fernen Plan... ...abgestoßen. ...abgestoßen. Jo. Ich dachte ich soll zwei scannen. Hab ich auch gemacht. Oh, ist das ein... Ah, da hinten. Oh, geil. Ich glaub ich hab's geschafft. Und der macht den persönlich wieder. Nie wieder. Hat der Scanner was gefunden? Ja. Ja. Nach ein halben Stunden. Nach ein halben Stunden. Ja. Ja. Da hört man nix. So. Ähm. Das war's. Ich fahr nach Hause. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ähm. So. Eine halbe Stunde. Rumgelusert. Habt doch geschafft. Da fände tolle YouTube-Videos. Drei Folgen. Vier Folgen. Wo ich nur rumrenne. Äh. Eins, die Gute, die Finder, Baron Heller. Ja, hab ich, hab ich jetzt gefunden. Ist das jetzt zu Ende jetzt? Ist die Mission zu Ende? Das ist ja geil. Das ist... Nein. Tatsächlich. Ins Unbekannte. Jetzt kann ich hier... Good news. Good news. Mission accessiere. Rückkehr nach Vectra. Ja. Das war's. Von meiner Seite aus. Ich bin jetzt weg. Das war schön mit euch. Habt ihr Spaß gemacht? Danke, Gamebrammer, für die... Bits und Bytes, wollte ich sagen. Für die Bits. Bits und Bytes. Ich reiß da jetzt immer hin. Weil sonst... hab ich... So, ein Sprung. Macht sie fertig. Was? Schnell speichern. So. Ich bin jetzt weg. Auf Wiedersehen. Goodbye. Bis Freitag. Oder bis Samstag. Oder bis... Oder so. Bis dann. Tschüss.